was geht am und herzlich willkommen zurück zu dragon ball sparking zero im heutigen part spielen wir wieder ein paar online battles mit natürlich seit goku seit vegeta und diesmal probiere ich den anderen rolli aus ich habe keine ahnung ob ich den spielen kann ob ich gut mit dem bin wir probieren das ganze werden wir sehen ach nee wartet mal ich glaube ich bin noch im trainingsmodus tatsächlich bin im trainingsmodus lol ich war mir nämlich gerade ein thema und dann ist mir eingefallen warte mal irgendwie lost okay gehen wir direkt mal einfach ins hauptmenü kommen machen wir keinen wir trainieren hier auch nicht wir gehen direkt hier kampf online natürlich ranglist nee nicht das wohl sprach ist mir egal rang ist mir eigentlich auch egal kommen ist mir egal kein limit die alle rein spielabschlussrate ist mir auch egal eigentlich aber man kann leider nicht angeben dass egal ist hat er das jetzt gespeichert oder was ja gut egal so heute mit dragon ball super opening statt blizzard wobei blizzard mehr passen würde diesmal aber wir probieren das aus ich habe mir hier entspannt einen entspannten tee gemacht einfach in der hoffnung dass ich den auf jeden fall trinke denn hier werden wieder ganz geisteskranke battles dabei sein gehe ich mal stark von aus wir kämpfen in der turnierstage gegen pan lass mich zwing mich nicht dazu pan bitte zwing mich nicht dazu meine enkelin zu verprügeln das musste ich im letzten part schon das ja gottlos mal gucken aber direkt kontakt oh nein alter das ist ja gottlos alter da fängt es direkt an zu legen hier finde ich nicht so nice ehrlich gesagt alter misst nicht schlecht kann ich auch ja okay erst du kam her mir okay alles klar ist keiner so erfahrene spieler scheint mir zumindest alter okay ich komme da auch nicht drauf klar irgendwie ruckelt das ich weiß nicht ob ihr das seht ich will jetzt auch ich will jetzt auch keine ausreden oder so benutzen müssen aber es ist echt unangenehm wir versuchen natürlich unser bestes oh mein gott wehe ich werde getroffen okay ja da ist die teleportation tatsächlich die beste wahl die wir haben hier das war fürs kamehameha na komm äh what the fuck war das wilder sinn okay ist das der wilder sinn oder was oh ja sie ist mit dem rücken zu uns gedreht ich muss sie erst direkt ich muss sie direkt ausschalten tut mir leid leute aber ich habe das gefühl er benutzt charaktere die viel after image und so einen scheiß haben ach du scheiße der ist ja direkt verrückt hä what the fuck what the hell hä ich habe eine eingabe getätigt aber okay nimmt er nicht okay die anzeige links ist verbuggt er sollte uns aber nicht davon abhalten hier irgendwie ordentlich zu spielen ja ich kann es blocken wie er mir so ich ihm hä lol hauptsache ich habe getroffen damit oh das war ein fehler habe ich zwar nicht gemacht aber okay aber ich hoffe das ist auch nur die anzeige oh er hat gegriffen das war stark muss ich ihm auf jeden fall anrechnen okay jetzt hat er halt den höchsten base angriff stat im ganzen game aber weißt du was lass dich einfach nicht schlagen äh ich hab oh scheiße ich weiß nicht ob das blockbar ist ehrlich gesagt oh mein gott wie habe ich das geschafft ich weiß nicht wie ich das gedodgt bin würde es auch gar nicht wissen eigentlich oh ich habe ihn gegriffen das war strong geh weg du monster oh damn jawohl trifft nachbildschlag ist aktiviert die anzeige links spinnt man wieder maximal ich frage mich warum aber ist egal so broly ist raus wen haben wir jetzt noch okay muten roshi der stark der strong stronger character das wollte ich nicht machen aua mir gefällt der da immer muten roshi da lieber echt jetzt äh tatsächlich ich kann irgendwie nur den angriff machen echt jetzt ich würde das gerne mal ausprobieren ach bitte nee egal was ich mache es ist tatsächlich immer der angriff okay alles klar suboptimal wollen wir nicht aua okay das wollte ich jetzt nicht okay die steuerung ist durcheinander gekommen ich glaube wir müssen dann gleich nochmal gucken dass das irgendwie anders passt machen wir mal super szenen rein ich weiß nicht ob das irgendwas verändert ja geil ah danke okay angenommen aber ich brauche mich eh nicht zu fusionieren bei ihm einfach ein side dash ich mache mal den aber er wird wahrscheinlich eh blocken okay das war einfach ein random special move einfach mal reingeklatscht in der hoffnung dass der bruder irgendwas dagegen tut aber tut er nicht nachkommen echt jetzt so willst du mich besiegen interessant oh scheiße ich bin getroffen ja okay aber jetzt reicht es auch so ich weiß nicht was er vorhat ich hoffe er wird getroffen nee wird er nicht schade alter also ich dachte ich spame sehr viel aber er übertreibt ja mal wieder maßlos jetzt reicht es Junge okay reicht als ob ich wette der hat noch Mr. Satan oder so einfach um alle Punkte auszufüllen ja oder Yachirobi geht auch dann muss das sein was als ob der Block äh der Griff nicht gewirkt hat so so hä hä what the fuck was soll alter jetzt what the fuck was ist das für ein Angriff jetzt reicht es als ob wir das jetzt echt noch verlieren das nur weil er noch einen Charakter hat hä ich kann nichts machen er ist unter mir und das war's oh mein Gott okay alles klar wir haben Blaster Meteor ja gut das Ding ist durch er hat sich geheilt der Ehrenlose ja das ist das einzige wieso man den überhaupt drin hat ja müsste treffen eigentlich ja eben ich hab den höchsten Attack im Spiel kannst mich mal okay mit dem anderen Broly bin ich tatsächlich ein bisschen besser muss ich mir auf jeden Fall muss ich sagen Junge was ist das hier für ein Dodgefest man so alter reicht okay also gegen den hab ich auf jeden Fall kein Bock wegen Rematch Junge der hat ja noch ultimativ reingeschwitzt aber die Verbindung von dem war auch nicht so gut deswegen sag ich da auf jeden Fall nein danke upsala so suche nach einem neuen Gegner bitte wenn wir jetzt denselben wiederbekommen wird's traurig aber gut ich hoffe einfach mal das ist jetzt nicht so immerhin können wir ja auch den Gegner so schon gut schaden wobei ich echt mit Broly üben muss der Broly wird's wahrscheinlich nicht auch wenn er den höchsten statistischen Angriffstat hat in der letzten Form aber ja okay wir kämpfen jetzt auf meiner Stage oh check it schon muss ich jetzt Schiss haben oh mein Gott muss ich jetzt Schiss haben der der wird jetzt wahrscheinlich richtig abrasieren C4 Schildkritten Schule Meister Junge wie gut passt das ZUKATUNIRATA OHAH MUT ROSH HACHIMEYOUO ALTER MUT ROSHI Junge Maschine geil ALTER wie nice ja direkt kontern also ein Rache kontern kann ich halt auch nicht viel machen Dreh mir nicht den Rücken zu oh mein Gott als ob okay okay er ist gut Junge geil okay let's fight OP ah okay er hat After Image Strike okay ja gut kein Wunder dass er den wählt aber er ist doch so gut warum muss er dann After Image Strike haben oder war das überhaupt After Image Strike achso er hat mich nicht anvisiert perfekt was als ob er hat das extra aktiviert du wirst das nicht blocken können es tut mir leid dass ich so einen ekelhaften Move mache aber wenn er also gut ja okay er hat irgendwas drinne gehabt glaube ich das gibt's ja nicht oh what okay stark das gibt's ja nicht Junge sein scheiß After Image hallo es reicht doch alter ey das gibt's nicht Dead After Dings drinne aber maximal ho wenn er jetzt einen Super Vegito hat heulich alter dann hat der ja nur so Charaktere okay Bardock interesting Vater oh der Zett er hat auf jeden Fall Geschmack der Junge nein na scheiße das war Missklick ich wollte auswechseln ja toll ach man wenn er hätte ich in den zweifachen Super Saiyajin gehen müssen das war so ein Mist ein Prinz ich werde nicht gegen so ein low class warrior verlieren wie dich auch wenn du vielleicht kakarots vater bist Junge frisst das oh konntest du nicht dodgen hier ich mach dich zu Pui Pui oh yeah kam ran gotcha oh you regret this zack zack what I don't think so Nachbild Nachbild nein oh ich hab Nachbild so gewastet okay egal rein da und das war's Gott sei Dank ich konnte seinen Bardock abwehren Broly Bro echt jetzt okay oh ein Big Bang Attack das ist geil ja okay das war klar das ist Abudukai Tenkaichi 3 like genauso wie ich und jetzt tschüss Big Bang Attack oh Broly was ist denn da los pitiful nein ich hab verkackt nein aber ich wollte auch nicht boosten ganz ehrlich das macht keinen Sinn Hä ein Nachbildschlag ist manchmal so komisch egal rein da yes Treffer er hat drei Punkte er wird halt gleich Kakarot machen wollen ja Bro ich hab den selber gespielt ich weiß was der drauf hat lass gut sein Diggy pitiful das war's er will unbedingt Kakarot hier ich bin stärker als Kakarot mach dich ab ciao ich hab nein gesagt wenn der Prinz dass er jetzt in dir etwas sagt dann hast du das zu machen der war gut ich will gerne nochmal gegen den spielen der war wirklich stark Rückkampf gerne wie denn er lehnt ab warum lehnt er denn ab das war even übel even ach man wieso ey kein Problem letztes Match für dieses für dieses Game für diesen Part okay gegen wen kämpfen wir und das ist oh fuck das war's Mr. Satan Pills no Pinhead okay gefräßiger Margin ich werde nicht gegen dich verlieren bitte lass den ordentliches Internet haben ich danke ich danke jetzt schon mal voraus aber ich muss sagen ich hab gar nicht so das Problem mit was ist denn sein Plan patrolet er rein äh das wollte ich nicht hä warum höre ich denn nicht vorher auf äh eigentlich wollte ich Kamehameha machen und ihm nicht drei Stunden hinterher dingsen naja egal okay aber meine Kombos sind actually impressive aus eigentlich ach man was ist denn sein komm ich mach's nochmal mach der nochmal nein ich dachte er macht's nochmal hä hallo das ist nicht die Eingabe die ich tätige man ey ich hasse das was soll das ich will Kamehameha machen und nicht den Move ach so beide sind wieder auf einer Taste hä was zur Hölle äh okay das war nicht das letzte Game für das Match what the fuck ist das so jemand der anderen hochhilft also ich würde ja auf Rematch drücken um es rauszufinden aber nein das wäre ehrenlos ich will meinen Rang nicht so steigen ich will meinen Rang ehrenvoll steigen am besten gegen einen Gugeta Super Saiyajin 4 komm her oh Gegner wurde gefunden ich hoffe es ist nicht derselbe dann weine ich ein wenig okay und es ist Bergamo oh über den habe ich leider gar keine Ahnung oder so Fernkrampf oh bitte sei nicht sag mir nicht du bist ein Fernkrampf okay wir gehen direkt offensiv rein ah Mist ich habe extra gewartet okay okay ja die Mikroruggler machen mir auf jeden Fall definitiv nichts aus äh weiß ich wo ich bin oder was ja geil dann hoffen wir mal dass das trifft ne trifft nicht alter Bergamo ist ja für mich komplett hä warum kann ich den nicht dodgen ich check's nicht hallo reicht ey bitte meine Güte und die Moves sind immer noch verbuggt also das ist ne Sache die müssen die bitte so schnell wie möglich fixen so kannst du nicht ordentlich spielen ach du scheiße das war's ja das war's ja sehr geil oh you regretted und ja das war diesmal auch mal so gemeint und geplant so ich werde jetzt zu Vegeta wechseln oder auch nicht was okay äh was ist jetzt los oh wow ey warum kann man da reinlaufen ich wollte ihn punchen okay ja Digga jetzt macht er hier meine ganzen meine ganzen Charaktere mit Dings platt oder was ja es wird auf jeden Fall übel weiß er wo ich bin ja natürlich weiß er das ey man ey ich möchte bitte andere Moves machen und nicht den Mist ey da kotze ich ja wieder äh was jetzt ist das Naka war angriffen natürlich alter what the fuck meine Güte jetzt reicht's aber man das ist doch scheiße man ich kann mich doch nicht porten also ich verstehe nicht was hier mit meiner Störung gemacht wurde ey was soll denn das warum kann ich denn nicht die Eingaben tätigen die ich machen will ey krass das Spiel ist übel verbuggt und jetzt geh ich auf die Fresse deswegen oder wie sehr nett auf jeden Fall danke danke für nix man scheiße ach das gibt's doch nicht ich kann auch nicht deutschen gar nichts hat sich die Steuerung geändert oder was jetzt denkt er ich bin voll schlecht alter nur weil ich meine Sachen nicht machen kann hä wollt ihr mich verarschen wow hallo ich schlage ihn ich bin im Schlag ich bin im Schlag er hat sogar einen Hit kassiert alter ich werde hier wieder verarscht was soll das denn ey kann das Spiel bitte mal gefixt werden ey ja jetzt wechselt er zu Bardock ja wir wissen dass du noch mehr mehrere Charaktere hast ja ich darf nicht dodgen ich drücke rechtzeitig da kann mir keiner was sagen ey also das fuckt mich ab jetzt verliere ich hier einfach so ja weil ich meine Moves nicht machen kann ihr wollt mich verarschen ja geil das war nicht mal der Move den ich machen wollte ey jetzt mal ernsthaft was soll das muss man da das Spiel neu starten ach Digger geil danke Spiel du hast es ihm auf jeden Fall gewonnen ja ich kann nur den Move machen es bringt mir doch nichts wenn ich nur den einen Move machen kann ey das ist doch asozial so eine Niederlage einzufahren nur weil nix geht ey ich hoffe in der nächsten Aufnahme wird das besser sein das ist eine Sache die müssen die eigentlich direkt gepatcht haben aber schaffen sie ja gerade nicht das triggert nicht wirklich und ich wette ihr habt das auch schon mal gehabt ich würde sagen das war's bis zum nächsten Part wenn euch der Part gefallen hat lasst gerne einen Daumen da oben da abonniert den Kanal damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und schaut beim nächsten Video vorbei bis dann und ciao